Profitänzerin Christina und Sänger Luca Henni sind frisch verheiratet. Doch kommt mit dem Eheleben etwa der Trott? Jetzt verrät Luca mehr über den aktuellen Stand der Dinge. Let's Dance Christina Henni. Luca plaudert aus dem Ehekästchen. Christina, 33, und Luca Henni, 29, sind verliebt, verlobt und seit August 2023 verheiratet. Seit dem Sommer leben die beiden gemütlich in einem Häuschen in der Schweiz. Die Profitänzerin und der Sänger galten bei Let's Dance 2020 als das Traumpaar. Aber wie sieht ihr frisches Eheglück aktuell aus? Im ProSieben-Interview plaudert Luca aus dem Nähkästchen. Let's Dance Luca Henni. Man muss auf beiden Seiten Verständnis haben. Lukas Freunde necken den Sänger gerne. Im Interview verrät der Sänger, was sie von seiner momentanen Lebenssituation halten. Paar Kumpels von mir sagen immer du lebst mein Rentenerleben, wirklich. Erzählt Luca lachend. Dabei sei seine Ehe alles andere als langweilig. Als der 29-Jährige über seine Frau Christina spricht, wird er ganz emotional und kommt aus dem Schwärmen für sie gar nicht mehr heraus. Ich brauche immer viel Action, aber sie holt mich dann so ein bisschen runter. Das heißt, man kann auch mal einen Tag zu Hause bleiben, meint Luca. Andererseits ließe sich Christina auch von seiner Abenteuerlust anstecken. Das passt einfach perfekt zusammen, ergänzt Luca. Und auch wenn es mal ein bisschen stressig wird, die beiden finden einen Weg. Es ist wirklich nicht einfach mit dem Job hin und her. Also man muss auf beiden Seiten Verständnis haben. Das hat sie, stellt der Sänger klar. Das hat sie, stellt der Sänger klar.